Stell dir vor, du kommst innerhalb von zwei Stunden vom Hallo in ihr Schlafzimmer. Denn wenn du ficken willst, dann brauchst du keine schicke Kleidung, kein fettes Auto, keine teure Uhr, keinen gesellschaftlichen Status. Aber wenn es drauf ankommt, brauchst du nur eine Sache. Game. Arschloch! Alles, was ich wollte, war abends entspannt auf der Couch sitzen und mit meiner Freundin fernsehen. Aber es wirkt fast so, als gäbe es für mich keine andere Wahl, außer andere auszunutzen oder selber ausgenutzt zu werden. Es muss etwas anderes geben als das. Wenn du alles gibst, dann bleibt nichts mehr zum Hohlen übrig. Wenn du alles nimmst, dann füllst du dich selbst mit mir. Du gehst bei mir und ich seh's direkt genau. Du lachst da raus, also willkommen zu der Schau. Du hast ein himlisches Tragen und dein ist wirklich kein Arsch. Hallo, ich bin Solo, höppert ein richtig geiler Tag. Hinter einem guten Mann, ich hätt immer eine gute Frau. Ich bin ein richtig heißer Typ, du bist ne ziemlich geile Sau. Ich nehm es immer sehr genau und ich kann es grad nicht lassen. Ich kann grade nicht passen, wir könnten zusammen passen. Wir sollten zusammen was machen. Komm mit und ich entfühle dich. Ich werd die Lust und dir entfachen lange, bis du müde bist. Mein Game ist der Release für deinen Gramm. Oh nein, wie gut es ist. Gibt es für dich einen besseren Mann, Baby, den gibt es nicht. Steh ich heute Abend auf den Plan, wie ich vermute es. Gibt es da für mich etwas zu tun, Baby, dann tue ich es. Gibt es da ein besseres Programm, eine bessere Stil, eine bessere Show? Gibt es nicht, die Game ist on. Das Spiel gelohnt. Komm mit mir mit, Baby, und ich zeig dir wie. Das Spiel gelohnt. Denn die Ladies sind bereit zu spielen. Das Spiel gelohnt. Komm und lass uns miteinander spielen.